Hallo liebe Freunde von AWA Wintersport TORG. Ich habe eine Startnummer an, keine Angst, ich mache kein Comeback. Ich bin hier an Siggis Skihütte, also an meiner Skihütte auf dem Wenige Markt in Erfurt. Und da wird morgen 13 Uhr der nächste TORG stattfinden mit Dirk Thiele. Der reist extra an und wer dabei sein will, kommt einfach hier nach Erfurt auf dem Wenige Markt an Siggis Skihütte. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein paar Fragen stellen direkt an uns. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Frohes Fest schonmal!